Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Besuchsfolge von MrMobileFanboy, das bin ich und wir wollen jetzt mal, wie es der Name schon sagt, ein paar Besuche tätigen, ich habe mir schon ein paar rausgesucht, Moment. Ich habe mir schon ein paar rausgeschrieben, aber irgendwie, ohne den Namen zu sagen, bin ich jetzt mal gespannt, ob ich ihn finde. Ah doch, ich heiße so und so, okay, 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 Lukas suchen wir jetzt. Lukas, Lukas, ah, hier ist der Lukas T. Er schreibt, er wäre etwas zu früh hochgegangen auf Rathos 8, ja, aber immerhin, du hast mir das ja jetzt dabei geschrieben, so geht das auf jeden Fall. So, wir gucken einfach mal, wie das denn hier aussieht. In der Mitte, die Clanburg finde ich schon mal ganz gut eigentlich hier positioniert. Generell das Design, ja, ist okay, würde ich mal sagen, halt, was mich so ein bisschen stört, natürlich hier die Mauern, aber das ist halt, weil du noch nicht so ganz so weit bist. Muss man natürlich ein paar Abstriche machen, aber okay, das hast du ja gesagt, deswegen dazu dann kein Wort mehr. Barbarenkönig hast du noch nicht, das ist dann egal, den müssen wir ja nicht berücksichtigen hier bei unseren Ausführungen. Du hast einen dunklen Elixierbohr gepusht auf Level 1, okay. Ansonsten, wir gucken mal, das in der Mitte würde ich tauschen auf jeden Fall mit der Clanburg, damit deine Magier-Türme da noch mit drauf aufpassen können gescheit. Ja, tun sie so zwar auch, aber, ja, weiß ich auch, ja, lass es mal so, lass es mal so. Ja, ansonsten, die Türme sind, die Bogentürme sind auf jeden Fall gescheit positioniert. Ähm, schwer zu sagen, die Base ist noch nicht nur so weit ausgebaut, natürlich, was natürlich hier noch fehlt. Die ganzen Upgrades für deine Sachen Luftabwehr, finde ich okay, so wie du sie hast. Minenwerfer sind auch okay. Hier vielleicht natürlich die Kaserne tauschen mit einem Elixiersammler oder mit einer Mine. Ansonsten würde ich es erstmal so lassen und gucken, was so die Verteidigung da so macht und, ja. Soviel also, Lukas Tee vom kleinen Gold Shield. Wir wollen natürlich auch noch ein paar weitere durchbekommen. Der nächste Clan ist schon ziemlich geil. Aktive, aktive Spritzer, also der, der Name ist schon wirklich, äh, richtig, finde ich richtig lustig. Alter, wie viel gibt's denn hier? What the fuck? 10k plus Pokis und 45 Member. Alter. Derjenige heißt, ähm, keiner. Keiner, hier ist der. Okay. Mal gucken, was der... Ah, das war schon eine etwas weitere Base, aber allerdings mit Level 71 bist du natürlich auch viel zu hochgegangen. Vom Base-Design her gefällt mir die allerdings sehr gut, muss ich sagen. Also, wir gucken einfach mal. In der Mitte, die Clanburg schützt soweit recht viel von einer Base. Die beiden X-Bögen auch natürlich, weil sie mittig stehen, da das dunkle Elixierlager, was du ja beschützen willst. Die Magier-Türme sind meiner Ansicht nach gut positioniert. Luftabwehr geht auch. Minenwerfer, ja, Minenwerfer, mal gucken. Eins, zwei, drei, ja. Könntest du vielleicht noch diese beiden hier tauschen? Also Minenwerfer und Elixier würde ich vielleicht noch tauschen, damit du hier noch ein bisschen mehr abdeckst. Vor allem so hier Richtung, in diese Richtung rüber hier. Bogentürme sind gut. Kanonen sind auch gut positioniert. Allerdings, ja, wie gesagt, du bist natürlich viel zu früh hochgegangen. Das ist etwas, was ich niemals rate, weil guck mal, du hast den Turm auf 8, den hast du auch nur auf 8. Den auch nur, den auch nur, den hier sogar nur auf 7. Luftabwehr nur auf 4 hier überall. Das ist natürlich alles ein bisschen dürftig noch. Die Magier-Türme sind auch nur auf 3, alter Schwede. Die müssen natürlich, das muss alles noch hoch. Die sind auch jetzt auf 4. Na, das ist halt, du musst jetzt, im Grunde, wenn du jetzt nicht hochgehst, dann, wenn du jetzt noch mal hochgehen willst, wird es noch länger dauern. Du kannst quasi jetzt schon sagen, es wird jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Monate dauern, bis deine Base überhaupt mal ausmaximiert ist für diese Stufe, bevor du dann weiter hochgehen könntest. Ja, und was natürlich auch immer so ein Faktor ist, seit dem Update Barbarenkönig und Bogenqueen würde ich auch immer mit dich packen, wenn es geht. Weil die jetzt wirklich als so Art Defensivgebäude ordentlich was weghauen und ja. Würde ich dir auf jeden Fall raten, vielleicht, wenn du eine neue Base machen willst oder so, mal überlegen. So, gleich war er und als nächstes gucken wir mal Clan Götze. Ich weiß nicht, ob das auf diese Statur bezogen ist oder auf mehr Eier. Ist natürlich gut, wenn man das schreibt. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt hier suchen soll oder ein bisschen mehr Infos wären auch nicht schlecht gewesen. Ja, lieber, wie heißt er? Lieber Minecraft Freak aka Booster, tut mir leid, aber ich suche jetzt nicht die ganzen Clans hier durch. Also, das nächste sehe ich auch schon wieder kommen. Das wird auch wieder... Ah, es sind nur zwei. Wappen rot... Wappen rot-weiß. Es gibt überhaupt kein rot-weiß hier. Deja vu. Hm. Ach, Leute, ey. Du hast vor... Vor zwei Minuten unter das Video geschrieben, ey. Ich bin doch... Alter. Name... Also, Clan Deja vu. Name A-C-E. Wappen rot-weiß. Deja... Wo? Wo, wo, wo bitte ist hier ein rot-weißes Wappen? Ich sehe es nicht. Ah, Leute, ey. Es ist doch eine Scheiße. Na gut, na gut. Machen wir den nächsten. Es ist natürlich wieder 100 Millionen Leute, die hier drunter schreiben. Bitte, Mann. Clan C-K-Winner. So, Moment. Ich drehe noch durch. C-K-Minus-Winner. Nein. Alter, ich bin doch nicht blöd, oder? Na, was will denn der schon wieder jetzt hier? Ja, was ist denn? Ach. Ich bin doch schon... Ich bin doch schon so genervt hier, weil hier wieder nichts klappt. Okay. Muss ich das, oder muss ich das echt... Also die Groß- und Kleinschreibung ist doch hier scheißegal. Das ist doch... Ach, Leute. Ich versuche jetzt mal alle möglichen... ...Variationen zu finden. Ja. Glückwunsch. Ich finde keine einzige von den, äh... ...von denen hier. So. Habe ich schon. So. Weiter geht's. Ähm... Der nächste Clan... A... Apo... Warte mal, warte mal, warte mal. Kalypto... Oh, bitte. Bitte, 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 bitte. So. Der große Lord, heißt er. Ich denke mal, er wird hier drin sein. Ich nehme jetzt einfach mal den mit den meisten. Ja, endlich. Ah, aktiv, dies, das, bla, bla. Die Beschreibung ist echt mal göttlich. Und er hat eine Rathaus-Level-8-Base. Du bist auch so viel hochgegangen, mein lieber Lord. Aber egal. Finde ich gut positioniert, immer Bahnkönig. Ja. Würde ich aber die Clanburg mit dem Minenwerfer tauschen. Dann hast du hier in diese Richtung noch ein bisschen mehr Schutz von der Clanburg. Ah. Wir liegen wieder zurück im Clanburg. Nein. Ihr müsst angreifen, Leute. Äh, jo, jo. Wie ist das? Na. So. Was haben wir noch? Mal ein bisschen hier beim Thema bleiben. Luftabwehr, finde ich. Ja, mal gucken. Die beiden sind auf jeden Fall gut positioniert, wie ich finde. Wobei ich mal überlege. Könntest du rein, The Ridge, auch noch mit dem Minenwerfer tauschen? Aber ich weiß nicht. Die Minenwerfer gehen so ja eigentlich. Die machen ja schon relativ viel hier. Fläche, sage ich jetzt mal, von deiner Base. Würde ich erst mal so lassen. Weiter. Ist okay. Ist okay. Außer die beiden vielleicht noch. Die beiden könntest du noch tauschen. Dann macht der hier noch ein bisschen mehr, deckt er noch ein bisschen mehr ab. Allerdings natürlich immer Gebäude upgraden, Gebäude upgraden, Gebäude upgraden. Ähm. Was sonst noch? Was denn noch? Wir gucken noch mal. Ich finde die Base vom Designer eigentlich mal ganz okay. Also mal was anderes sehe ich jetzt nicht so oft. Hat eigentlich Hand und Fuß. Weiß nicht. Würde ich jetzt erst mal so generell. Ist halt eine Trophy Base. Also in meinen Augen ist das auch keine Hybrid Base. Weil die Lager wirklich schon sehr weit außen stehen. Aber gut. Du bist ja auch relativ. Ich meine für dein Level 1657 Trophäen ist ja okay. Relativ hoch. Ich weiß nicht, ob du noch hoch willst. Wir gucken mal, was dein höchster Stand an Trophäen war. Ja, ist dein höchster Stand. Das heißt, ja, willst du vielleicht Richtung Kristallliga vorne? Würde ich die Base auf jeden Fall so lassen. Rup. Wir gehen mal weiter. Ah. Jetzt hier ein Clan. So. Wir gucken mal. Wie heißt der denn? Krasse. Klasse. Heißt der Clan. Ah. 6D ist klasse, ja. Das ist natürlich sehr schlau, wenn man den Clan so nimmt. Und dann irgendwann nach einem Jahr ist man natürlich nicht mehr in der 6D. Dann ist man vielleicht in der 7D. Außer man bleibt sitzen. Dann. Würde ich den Clan vielleicht nicht so nennen. Okay. Er heißt Reusus. Reusus. Wo bist du? Reusus. Da bin ich da. Oder Reusus. Das kannst du dir aussuchen, wie ich dich nenne. Du hast eine Rata aus der Welt 7 Base. Na, guck mal. In der Mitte ist schon mal gut sortiert hier. Ja, gut. Das ist natürlich noch relativ gering. Allerdings den Fehler, den viele machen und von dem ich dich jetzt noch weiterhin bewahren will, bevor du jetzt hier noch weiter anfängst, die Mauern zu machen, mach die hier erstmal auf Level 5. Wenn du die auf Level 5 hast, dann kannst du anfangen, die auf Level 6 zu machen. Okay. Du hast einen Elixiersammler gepusht. Ansonsten, wie viele Teslas hat man bei Rata aus 7? Einen? Ich glaub einen, oder? Wird da wohl hier irgendwo zwischen sein oder hier zwischen sein. Das ist natürlich so eine Sache. Okay. Wir wollen mal noch gucken. Was wir noch so haben. Ja, schützt das hier das Lager und das Lager ist noch okay. Hier das gleiche Spiel. Allerdings muss man bei dieser Base natürlich auch sagen, ich mein, es ist eine Rata aus 7 Base. Du kommst generell, wenn du das willst, kommst du hier bei deiner Base, kommt man generell immer so leicht an das Elixier ran und an das Gold ran. Ich mein, ich muss nur hier einen Brecher hinsetzen, hier, hier und hier. Vier Brecher im Grunde oder fünf. Bin drin. Also, weiß nicht. Also, ich find die Base ist jetzt nicht schlecht, aber ich würd vielleicht doch... Ich wollte ja eh noch ein Base-Design raushauen, ne? Na, dann, ich werd jetzt, ich werd jetzt heute, vielleicht heute Abend noch ein Base-Design machen oder so, dann werden wir mal sehen, dass wir da was Gescheites finden für euch und dann wollen wir mal gucken. Das war auf jeden Fall Reusus oder Reusus vom Clan. Krasse. Klasse. Okay. Nächster. Oh, das könnte auch interessant werden, aber ich weiß gar nicht, wie ich das eine Symbol mache. Das eine ist auf jeden Fall ein Dollarzeichen. Das heißt, simple... Warte mal. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen kann. Hm. Mal überlegen, wie mach ich denn dieses durchgestrichene Y? Was ist das überhaupt? Hab ich das überhaupt auf meiner Tastatur drauf? Ähm. Ich suche gerade. Ich bin gerade echt am überlegen, wo das... Was? Wie mach ich denn das? Dass es so ein Sonderzeichen ist, kann ich das hier auf meiner Tastatur am PC gar nicht machen, oder? Ach, Leute. Vielleicht... Ich suche mal nur nach simple. Vielleicht finden wir da irgendwas. Ne, da find ich leider nix. Ach, simply. Ah, Entschuldigung. 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 Wir probieren's nochmal. So, ich hab mich mal wieder verlesen. Ah, ich hab's. Ach, Glück gehabt. Hehe. Das Symbol hätte ich nämlich nicht hingekriegt. Ähm. Wie ist er denn? Er heißt Chris... Chrisy. Level 2, 3, 3. Ich bin mir auch relativ sicher, wir werden nicht finden. Da ist er doch. Level 43. Wie sind Level 43? Oh, wie süß. Ein Rathaus Level 6 Base. In der Mitte ist schön. Das Rathaus. Deine beiden. Magier-Türme auf Level 2, die du gerade upgradest. Decken das hier gut ab, wie ich finde. Hier das auch. Ja, gut. Klar, haben wir ein bisschen weit außen. Aber ich meine, was will man machen, ne? Ist jetzt auch noch nicht so, dass man da so viele Gestaltungsmöglichkeiten hätte. Im Grunde das gleiche Spiel mit der Luftabwehr. Du hast ja nur eine. Deswegen lass es erstmal. Ich würde dir raten, die Base so zu lassen einfach. Also, ich weiß auch nicht. Ich hab natürlich auch jetzt absolut keine Ahnung mehr, inwieweit man das jetzt hier noch upgraden kann. Also die einzelnen Sachen, weil das bei mir schon natürlich ein bisschen her ist, als ich auf diesem Level war. Deswegen. Lass es erstmal so. Grade alles ab, soweit wie es geht. Mauern finde ich super. Hast schon alle auf 6. Finde ich wunderbar. Grade das ab, soweit es geht, die einzelnen Sachen. Oh, die Minen sind alle schon auf 10. Uiui, wunderbar. Und dann geh hoch auf Level 7. Und dann hast du natürlich schon ein paar mehr Möglichkeiten, da was auszurichten. Aber so wie das jetzt ist bei dir auf Level 6. Finde ich, solltest du es auf jeden Fall so lassen. Wie gesagt, alles upgraden. Und dann kannst du das machen. So. Hallo Fred, ich bin traurig, dass du mich nicht besuchst. Ich spiele Clash of Clans, weil ich Dorfaufbau sehr mag und Strategie ist auch gefragt bei C&C. Und ich spiele sehr gerne mit Freundinnen und so weiter. Eigentlich ist C&C ja gut. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du mich besuchst. Okay. Sollten wir doch einrichten können. Ah, hier noch was, was mir noch aufgefallen ist. Warum hast du denn hier die Mauerstücke außen? Das sollst du natürlich nicht machen. Die kannst du ja noch wunderbar benutzen, um noch deine Fläche hier ein bisschen zu vergrößern. Nur ein Tipp. So. Rup. Dum, 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 dum. Derjenige heißt... Ach komm. Hashtag. Hashtag. Ist das jetzt ein... Ist das ein 1 oder ist das ein I? Moment. Ich gucke mal eben. 1, 2, 3, 0, Z, Z. Hashtag, Hashtag. Warte mal. Ich habe mich verschrieben. Scheiße. Scheiße. Ich habe mich verschrieben. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Zack. 3, 0, Z. Ach. Z, Z. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Ja, wir haben ihn gefunden. Er heißt PvP-Nik. Da ist er, der Anführer. Der Führer. Ach nein. Führer dieses Clans. Nein. Ja, was mir auffällt ist, dass du diese Mauern doch da nicht hinsetzen solltest. Die Base generell? Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Klar, Muck in der Mitte finde ich definitiv schon mal eine gute Sache. Genauso wie den Barbarenkönig seit dem Update natürlich immer. Zubi in der Mitte. Dunkle ist auch immer gut in der Mitte. Minenwerfer finde ich Dora-Ex-mäßig und gut eingeordnet, was die Flasche angeht. Ja, auch gut. Ja, deckt noch ab. Ist okay. Der deckt auch noch mit ab. Buchst du dann ein Dritter? Ach da. Hui, hui, hui. Da würde ich aber mir noch was anderes überlegen. Da würde ich nämlich die beiden hier, die beiden Kollegen nämlich mal schön tauschen. Wobei. Überlegen. Ja doch klar. Tauscht, wenn der hier das und das abdeckt, dann tauscht mal die beiden Kollegen. Dann kann der hier nämlich noch die beiden abdecken. Dann ist das ja noch okay. Ja, ansonsten Luftabwehr würde ich auch so lassen. Gibt es eigentlich auch nicht so viel dran zu meckern. Die Bogentürme und die Kanonen passen sowieso. Ist halt nur die Frage, was machst du hiermit, ne? Ich meine, wenn du eh noch ein paar Mauern übrig hast, ich meine vor allem auch diese drei noch hier, solltest du vielleicht überlegen, ob du das Rathaus nicht vielleicht auch noch mit einbauern kannst. Was ist denn, ach, oder ist das vielleicht auch so eine Art Trophy, weiß ich nicht, Trophy und Farming, Farming, Umstellbase nenne ich jetzt einfach mal. Du könntest ja ansonsten einfach die Mine rausmachen und das Rathaus rein, hättest du noch so einen leichten Schutz fürs Rathaus. Also dann müsstest du natürlich diese, weil, ich glaube, die müssten, ja klar, die müssten weg. Aber ansonsten würde es ja passen. Ist ja noch die Frage, was du hiermit machst, ne? Entweder du baust eine neue Base oder du versuchst die irgendwo noch, irgendwo noch für zu verwenden. Muss mal überlegen. Vielleicht kannst du auch das und das tauschen und morgens das Elixier in der Mitte noch ein oder so. Muss mal überlegen. Das war auf jeden Fall PvP Nick vom Clan. Weiß ich jetzt nicht. Zu kompliziert auszusprechen. Bitte, bitte besuch mich, Fred. Okay, du wirst besucht, Mami. The Best Players. Ich wette, davon wird es nur einen Clan geben. Da wird es nur einen Clan von geben. Das ist so ein ausgefallener geiler Name. Da gibt es nur einen Clan von. Hm. Okay, wie viele Pokale hat ein Clan? Weiß ich nicht. Welches Wappen hat ein Clan? Weiß ich nicht. Ich weiß deinen Namen. Ich sage es jetzt nochmal. Es ist das letzte Mal, dass ich jetzt diese ganzen scheiß Clans hier durchgehe und nach Junior LP suche. Junior, wo bist du? Wo hast du dich versteckt, Junior? Ah, tutti siete benvenuti. Okay. Tutti siete benvenuti. Okay. Donnar antes de perir. Äh, hopp. Jetzt muss ich mir mal merken, wo ich gerade war. Ach, Leute, ey. Es darf doch nicht wahr sein. So ein... ...we haben wir nie nur süß gerade an diesem... ...französischen Clan. Das wirst du wohl eher nicht drin sein. So, jetzt hatten wir den mit der argentinischen Flagge hier. Neymar Junior. Ah, okay. Ole. Ach, Alter, ey. Ich finde dich doch sowieso nicht. Das ist doch echt zum Kotzen. Junior LP. Junior unterstrich LP. Junior unterstrich LP. Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Das gibt's doch nicht. Mann. Mann. Irgendwo muss er dich doch versteckt haben. Das gibt's doch nicht. Ich hab jetzt auch keinen Bock hier nochmal rum. Er muss... Er kann nur hier drin sein. Oder? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Du bist doch auch nicht in einem ausländischen Clan. Das kann doch auch keiner weiß machen. Ja, tut mir leid. Also, ganz ohne Informationen kann ich da nichts machen. Der nächste Clan wird auch wieder mega, es wird wieder mega viele davon geben und ich werde ihn wieder nicht finden. Ich weiß es jetzt schon. Montawolf. Pokale 9806. Das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. Ja, aber da gibt's doch auch keinen. Da gibt's doch auch keinen von... Ach, Leute. Warum immer ich? Ich mein, hier geht's los. Hier ist ein Kleiner, der hat 15.000, aber da ist er... Das ist ein Englischer, klar. Nee, ist doch... 12.000, wird er da drin sein? Wie heißt derjenige? Montawolf. Ah, okay. Hier sind ziemlich viele neu reingekommen. Es könnte sein. Es könnte sein. Da! Ah, bitte, danke. Ei, 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 ei. Wer mitgehaftet? Was magst du mit mir? Okay. Ah, du hast relativ viele... Lager schon in der Mitte, wobei die Base schon ganz cool aussieht eigentlich. Ich würde dir aber raten, mein lieber Freund, auf jeden Fall ein Lager zu opfern und dafür die Clanburg reinzumachen, damit du wirklich das in der Mitte auch noch gut schützt. Denn scheiß aufs Rathaus, ganz ehrlich. Das ist scheißegal. Mich scheiß auf die Pokale, das ist egal. Da können wir drauf verzichten. Ansonsten. Ja, Barbarenkönig der Mitte, wie gesagt, immer gut. Mauern. Natürlich hoch, ist klar. Biss aber erst Level 60. Dumm, 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 dumm. Was haben wir sonst noch? Ja, die Magier-Terminal-Mitte sind natürlich... Sind schon okay. Teslas. Keine Ahnung, wo du die versteckt hast. Die können ja überall sein. Zumindest hier, hier, hier oder hier können die sein. Ansonsten. Ich finde das Base-Design eigentlich ganz cool. Nun, du musst echt überlegen, dass du es hinbekommst. Warte mal, Luftabwehr passt. Ah, die Minenwerfer sind draußen. Okay, das ist natürlich scheiße. Tja, was machen wir da denn? Oder hängen die denn normalerweise? Tja, das ist eine gute Frage. Ja, okay, die musst du natürlich irgendwie reinmachen, auch wenn du sie gerade alle ausbaust. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die sonst... Vielleicht hast du sie jetzt nur kurzfristig raus. Wo die normalerweise sind, das weiß ich jetzt nicht. Huh. Wo könnten die denn sein? Das ist echt eine gute Frage. Pff, keine Ahnung. Deine Lager sind auf jeden Fall prall gefüllt. So viel steht fest. Na gut. Das ist auf jeden Fall Montawolf vom Clan Sleepless und wir machen jetzt auf jeden Fall doch einen. Doch einen können wir doch machen. Okay. Kann ich in einen Clan, der ist geschlossen, mit Level 70? Nein, unser Clan ist ab Level 80. Mama. So. Ich hoffe mal, wir werden hier noch fündig werden. Clan ist Faust. Okay, gibt es mehrere, aber... Wappen ist rot-gelb. 15 Member. Rot-gelb. Ich suche jetzt erstmal ungefähr nach den Membern. Aber da gibt es... Ah doch hier. Das dürfte er sein. Der Name ist... Wie heißt der denn? Luan. Luan, Luan. Wo ist der denn? Der Luan. Da ist er doch. Level 91. Ah, ein etwas höherer Level. Nicest. Hui. Ich muss aber sagen, sieht doch schon mal echt schnieke aus, deine Base, mein lieber Mann. Ah, da hat er aus Level 9, natürlich. Gefällt mir eigentlich ganz gut. In der Mitte hier. Königin, König und Clanburg. Ansonsten. Sehr gute Position. Ja, ist ein bisschen weit außen die Gold, aber ich glaube, du bist momentan auch gar nicht so oft Gold aus. Von daher, lass es ruhig mal so. Im Grunde wird ja alles abgedeckt. Kannst ja... Ach stimmt, du kannst das ja dann immer tauschen. Je nachdem, was du gerade hast. Oder beziehungsweise, was du gerade brauchst. Kannst du dich ja dann tauschen. Ansonsten, was haben wir denn noch? Alles natürlich schon sehr weit oben. Was haben wir denn hier? Ich gehe mal eigentlich ganz stark davon aus, dass du deine... Was baust du denn überhaupt aus? Ach, die X-Bögen, die habe ich jetzt komplett vergessen. Die stehen auch draußen. Eieiei, was machen wir damit denn? Hui. Was machen wir denn mit deinen X-Bögen? Das ist echt mal eine gute Frage, wenn die wiederkommen. Einen kannst du hier hinstellen, wo jetzt die Bauhütte ist. Aber was ist mit dem anderen? Wo willst du den anderen hinstellen? Das ist mal eine gute Frage. Du musst auf jeden Fall irgendwas dafür opfern. Deswegen... Würde ich auf jeden Fall auch mal wegen des Designs der Base überlegen, weil du musst ja irgendwas in der Mitte dafür opfern, damit die rein können. Zumindest also, damit der eine noch rein kann und der andere, den kannst du ja hier hinstellen. Aber... Da musst du dir was überlegen. Na gut, bin ich auf jeden Fall mal gespannt und ich bitte sagen, nein, machen wir noch. Name, Pfand... Nee, warte mal. Pfand... Rob. Weiß-lilanes-Wappen. 12.000 Pokale. Okay, das ist das. Der heißt... Ah, Natalie, ein Mädchen. Juhu, endlich mal. Ich bin so heiser. Level 62, liebe Natalie. Und die Base... Das Base-Design kenne ich diesmal wirklich schon ganz gut. Und ich muss sagen, ein immer wieder schönes Base-Design. Ja, doch. Für Rathos Level 7 ist sie echt ganz gut, finde ich. Mal überlegen. Bum, 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 bum. Schön mittig. Ja, könntest du vielleicht sogar noch den Barbarenkönig und das Elixier-Lager tauschen, weil du ja eh nichts drin hast. Dann wäre dein Barbarenkönig auch noch schön mittig. Einzig und allein die Magier-Türme, die gefallen mir nicht so. Weil sie halt das Elixier nicht beschützen. Da muss man gucken, ob du da nicht irgendwie noch eine andere Lösung findest. Ansonsten, ja, Luftabwehr... Würde ich auf jeden Fall tauschen. Goldmine, ob die unbedingt da rein muss, ist auch eine Frage. Ansonsten, die Minenwerfer sind okay. Die Bogentürme und die Kanonen sind im Grunde auch okay. Nur da, ja, hier oben die... Auch so, ob das da rein muss, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber okay. Würde ich sagen, Leute, wir machen jetzt hier auch mal einen Cut. Und am Wochenende mache ich wieder neue Besuche. Ich hole wieder neue Leute dran. Bis dahin kommen auf jeden Fall noch einige geile Angriffsvideos. Ich habe mir da noch einige Taktiken aufgeschrieben, die ich noch zeigen will. Ein paar normale Let's-Play-Folgen werde ich auch noch machen. Also es gibt noch genug zu tun. Ich muss auch noch ein paar Sachen upgraden erstmal. Noch meinen Minenwerfer noch. Ihr seht es oben. 3,139 Millionen. Da fehlt noch ein bisschen was. Mein dunkler Elixierbauer will ich auch noch upgraden. Und noch meine Truppen ausbilden und so weiter und so fort. Kleinkrieg vielleicht nochmal. Ja, ich weiß, ich habe gefehlt, aber ich sinne auf Rache. Da könnt ihr von ausgehen. Okay, macht's gut, Leute. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniere nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Clash of Clans. Tschüssi. 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 Vielen Dank.